Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conker Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute, und beim letzten Mal waren wir dabei, hier unseren Angriff zu sammeln. Genau, dann würde ich sagen, mache ich da einfach mal direkt mal weiter, indem ich weitere Gubi-Panzer baue. Weil, die werden wir brauchen. Die werden wir definitiv brauchen. Und hier ist der eiserne Vorhang, okay. Geile Muckel. Was machst du denn da? Okay, gut, egal. Weitere Gubi-Panzer, bitte. Ich mache jetzt einen Gummi-Angriff hier. Ja, das ist... In der letzten Mission brauche ich, glaube ich, Gubi-Panzer. So, da kommt wieder eine... Angsthaft. Das Wendiken hat dich so abgefuckt, ne, lieber Rüsse, das ist unglaublich. Ja, das soll er mal versuchen. So, los, reparieren. Direkt reparieren. Die Kacke. Der konnte hier unten wieder schießen, das ist so blöd. Aber ist egal. Die Sammler sammeln hier oben. Alles klar. Okay, Leute. Hier unten sind zwar noch Edelsteine, aber die sammeln die Sammler irgendwie nie. Oh ja, keine Ahnung warum. Pfiff. Was macht der denn jetzt schon wieder? Gut, dann bricht die Kacke ab und ich muss nochmal reparieren. Aber das war's. Mehr brauche ich nicht anzuklicken. So, sehr gut, dann... Zehn Gummi-Panzer noch und wenn die fertig sind, gehe ich ihn mal besuchen. Da kommt er nämlich schon wieder. Seht ihr das? Da kommt er nämlich schon wieder. Hier oben. Da. Mach diesen scheiß Panzer kaputt. So. Und immer auf dem Bunker. Das ist... Immer auf dem Bunker, ja. So, immer schön auf dem Bunker. So. Lieber Russe, das ist grad... Das ist ein bisschen komisch, was du da machst. So. Alles klar. Was versucht der da, he? So, nicht getroffen, Kollege. Du auch, bitte. Ah, nein. So, genau. Alles klar. Alles klar. Sehr schön. Was? Der hat's unbedingt hier unten auf meine Dings abgesehen, ne? So, dann macht die kaputt. Die Grenadierer, ja. Die hab ich hier ganz vergessen. So, alles klar. Jo, das war's. Sehr gut, dann reparier den mal. Dann würde ich sagen, macht... Ah, nö, das ist eigentlich nur... Melde mich in Ordnung. Macht ihr viermal diese Tesla-Spule kaputt. Los. Da hat er wieder mal Energie angegriffen. Machen wir sechs Gummipanzer hier. So, Leute. Ja, wir kämpfen uns voran hier. Wir kämpfen uns hier durch. Ich weiß allerdings auch noch, dass er hier, äh... Hier hat er einiges an Minen. Und zwar hier, wo das Erz noch da ist. Anti-Panzerminen sogar. Ja, das ist, äh... Das ist Kacke. Einheit bereit. So, zack, zack. So, Leute. Unzureichende Finanzmahlzeug. Hier Einsatzmahlzeug. Da würde ich sagen, haben wir das wieder... Und wir haben wieder kein Geld. Jawohl. Und wir haben keine Musik. Warum haben wir... Ach du Scheiße. Warum haben wir keine Musik? Aber gut, Leute. Es könnte sein, dass wir in dieser Folge tatsächlich die Mission schaffen. Einheit bereit. Weil wir haben jetzt den ersten Schwung von ihm... ...von ihm abgewehrt. Und viel ist es jetzt nicht mehr. Wobei dieser Angriff eigentlich auch nicht gerade furchtig... Aha! Was macht er denn jetzt? Der sammelt hier vor meiner Haustür. Ja gut, dann... Wegmachen. Mach den Scheiß-Sammler kaputt. Los. Mach den kaputt. Hubschrauber auch drauf da. Ach, verdammt. Der hat einen Spawner gekriegt, ne? Das ist unfassbar. Der hat einen Spawner gekriegt. Sehr gut. Jetzt kommt er mit allem, was er hat. Nein, nicht da! Ah, Gottes Willen. So. Jetzt kommt er mit allem, was er hat, dir. Ja, ja. Ich merke schon. Ja, das kann er ruhig machen. Solange er nicht mal den Stützpunkt damit angreift, ist alles gut. Das kann er ruhig machen. So, Leute. Ja, genau. Dann... Achtweilige. Das reicht nie im Leben, dieser Angriff. Aber... Ach, du. Was macht er denn jetzt? Mit was für... Mit was für Patrouillen, der seinen Sammler beschützt, ne? Das ist unglaublich. So, dann mach mal weg. Alles nochmal reparieren. So. Zack, zack. Was zur... Okay. Ach, die haben den Sammler kaputt gemacht. Ja, gut dann. Alles klar. Dann würde ich sagen, Leute. Wir gehen mal angreifen. Wir gehen richtig mal angreifen jetzt hier los. So, da kommt er wieder mit Mix. Wozu habe ich überhaupt die Flachs gestehen, wenn er sowieso schießen kann? Habe ich mich beim letzten Mal schon gefragt. So, mach diesen Sammler kaputt. Los. Mach diesen Sammler im Arsch. Das muss jetzt mal ein Ende haben hier mit seinen Sammlern. So. Einfach kaputt machen. Was macht der? Der ist so dreist, wirklich. So, Leute. Dann durchfressen hier los. Fresst euch durch. Wirklich. Fresst euch durch. So, los. Schützpunkt wird wieder angegriffen. Hier unten Grenad... Ach, du Scheiße. Okay. Alles klar. Grenadiere. Okay. Genau dann, wenn ich angreife wieder, ne? So. Mammutpanzer wegmachen. Alles. So. Der baut aber auch einen Scheiß, ne? Die Mammutpanzer, die sind echt zahlreich. Der lebt immer noch, okay. Weißt du was? Ich baue dir jetzt hier unten noch eine Flacke hin. Das nervt mich, dass du hier immer durchkommst. So. Leute. Einfach drüber fahren. Los. Einfach drüber fahren hier. Und hier oben das Ding wegmachen. Wegmachen. Los. Die vier Hubschrauber können diesen Mammutpanzer platt machen. Äh. So. Mach dir den Scheißpanzer im Arsch. So. Zurückziehen. Die vier Hubschrauber sind da. So. Mach diesen blöden Mammutpanzer weg. So. Gute Arbeit. Wir haben seine Vorposten zerstört. Schon mal gut. Alles klar. Dann hier unten noch ein Türmchen. Oder nö. Gar nicht fahren. Bunker baue ich hier unten. So. Da kommt er wieder mit seinem Sammler. Okay. Unser Stützpunkt. Ja dann. Dann macht ihn kaputt. Los. Alle auf den Sammler. So. Leute. So. Jetzt reicht es mir mit deinen Grenadieren hier unten. Wirklich. So. Zack. 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 Und wegmachen. Sehr, sehr gut. Der Sammler ist auch weg. Sehr schön. Alles klar. Jetzt kommt er wieder mit seinem Hubschrauber. Okay. Nicht schlimm. Ja gut. Doch. Der macht ihn kaputt. Aber ist okay. Gut. Gut. Dann macht ihn keiner direkt kaputt. Na verdammt. So. Dann überfahrt die einfach. Dann mache ich jetzt noch so viel Schaden wie möglich. Ne. Wisst ihr was? Dann kommt er hier unten hin. Ich habe eine andere Idee. Ich mache jetzt erst mal das Zeug hier unten im Arsch. Da ist nämlich Kohle drin, glaube ich. Hä? So. Jetzt. So. Dann einfach Gummipanzer. Jede Menge. So. Zehn Stück. So, Leute. Dann diesen Flammenton hier kaputt machen. Die Hubschrauber. Die Hubschrauber können den kaputt machen. Down ist nämlich der Truck. So. Was ist damit? Da ist Kohle drin, ne? Ja. Seht ihr? Da ist Kohle drin. Sehr schön, Leute. Die Kohle brauche ich. Alles klar. Wir haben auch schon keine Artillerie mehr. Ach du Scheiße. Was kommt da denn jetzt hier an? Och. Och. Du Heilige. Ach du Kacke. Okay. Da habe ich jetzt schlafende Hunde geweckt. Hier unten. Ja. Da habe ich jetzt echt schlafende Hunde geweckt. Okay. Ja gut. Dann mach den kaputt. Oh. Tesla-Schmule. Raus da. Raus da. Raus da. Raus da. Da unten habe ich jetzt gerade echt schlafende Hunde geweckt. Okay. Alles klar. So. Dann. Die Hubschrauber. Diese Energie platt machen. Los. Alter. So. Energie platt machen. Los. Und das Silo kaputt machen. Braucht er nicht mehr den Scheiß. Oh. Ärgerlich. Okay. Dann Kumbiepanzer. Einmal draufschießen. Gut. Leute. Hat er Flammenwerfer. Okay. So. Einmal draufschießen. Du sollst halt draufschießen. Kumbiepanzer. Ey. Wirklich. So. Dann fährst du mal bitte diese Flammenwerfer kaputt. Ach du Heilige. Wo kommt er denn jetzt hier her? Ja gut. Alles klar. Da habe ich auch noch zwei. Okay. Dann kommt man hier rein. Sehr gut. Gute Arbeit. Kumbiepanzer. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Einheit verlor. Aber ganz gut. Okay. Dann. Leute. Kommt ihr nochmal hier hin. Schwächen wir den mal ein bisschen weiter. Den Ross. Hier. Los. So. Weg damit. Was? Wo denn das? Ah hier unten wieder der Bunker. Alles klar. Gut. Leute dann. Macht er kaputt. Den hier auch. In Ordnung. Sehr gut. Könnt ihr noch diesen Panzer kaputt machen vielleicht? Hubschrauber hier hin? Nein. Wegen der Tesla Spule oder was? Ja genau. Wegen der Tesla Spule und weil die zu dumm sind. So. Dann macht ihr das hier kaputt und ihr die Tesla Spule. Nein. Der hat eine Flak. Verdammt. Egal. Aber die Tesla Spule ist weg. Steht nicht. So. Sehr gut. Puh. Alles klar. Was hätten wir? Können wir eigentlich erstmal die Basis hier unten platt machen. Weitere Gummipanzer bitte. So. Die reichen nämlich auf keinen Fall. Jetzt sammelt euch aber schon mal hier unten. Da kommt er mit Hubschraubern angeschissen. Okay. Das soll er mal versuchen. Ha ha ha. Nix da. Ja. Davon kann er aber nur eine schießen. Das ist ganz gut. Einheit verloren. Weil die sind nämlich heftiger. Einheit verloren. Ja, Sir. Alles klar. Leute, dann würde ich mal sagen. Ja, Sir. Gehen wir das mal weiter hier an. Die Flak. Die nervt. Die nervt auch. Genau. So. Ich habe hier genau die richtigen Sachen stehen für die Grenadiere. Schöne Bunker. Alles klar, Leute. Ja, das wird ganz geil, wenn wir die Russen spielen. Äh. Da haben wir nämlich unsere... Die netten Tesla-Spulen hier unten. Wie wir hier gesehen haben. Ah, die ist schon weg. Haha. Okay. Hier diese Dinger. Tesla-Spule. Ach, aber so viel hat er gar nicht mehr, ne? Schaut euch das an. Die Basis ist leer. Da können wir ohne Probleme reinfahren. Ja, das ist... Das ist ja mal geil. Alles klar, dann würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Gummipanzer und dann gehen wir ihn auch schon vielleicht das letzte Mal angreifen, ne? So, ich sollte das Ding aber nochmal speichern. So ein 14. Nicht, dass der Fortschritt verloren geht, Leute. Und ja, hoffe ich, dass euch das gut geht soweit. Ich nehme es nach wie vor an diesem Freitagabend auf. Freitagabend um 10 vor 11. Und ja, es gibt es um die Uhrzeit besseres, als Commander Conker weiterzuspielen. Diese Bucke, hey, wirklich. So geil. Okay. Gummipanzerarmee weiter aufbauen. Wisst ihr was? Der kommt nicht mehr so angeschissen, ne? Nur noch mit so ein paar Spawner-Mix, aber der kommt nicht mehr angeschissen. Doch, es können immer noch beide schießen, okay. Unzureichende Finanzmittel. Ja, ist in Ordnung. Ich schicke den nochmal kurz hier runter und versuche den nochmal hier die Edelsteine sammeln zu lassen. Da kommt er wieder mit... ...Fuhrzeugen. Okay. Das kannst du vergessen, Kollege. Ich versuche es nochmal hier mit dem die Edelsteine einzusammeln. Vielleicht macht das ja vernünftig. Nein, macht er nicht. Wie soll es hier weiter... Pff, der macht es nicht. Das ist so blöd, wirklich. Schaut euch das an. Verstetigt. So, hier oben noch. So. Wird repariert. Ja, Sir. In Ordnung. So, jetzt sammelt den Scheiß hier ein. Verstetigt. Mein Gott. So, du sollst das einsammeln. So. Die muss man echt manuell steuern, die Sammeln, ne? Das ist so blöd. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert. Ich habe hier noch ein paar Edelsteine. Das ist schon mal gut. Hier unten noch. Nein. 360 Grad Drehung. Alles klar. Okay. Warte. Dann. Weiter aufbauen, ja. Da kommt nichts mehr, ne? Der... Nö. Der ist geschlagen. Terrorist ist geschlagen. Schaut euch das an. Der hat nur noch seine Spawner. So ein paar Manneken. Ja gut. Manneken. Da gebe ich einen Scheiß drauf. Ganz ehrlich. Weil Manneken... Ja. Das soll er mal versuchen. So. Die Hubschrauber und wegmachen. Gar nicht erst schießen lassen. Ding. Penner. So. Alles klar. Da haben wir unten die Edelsteine raus. Gefischt. Sehr schön. Was versucht er da schon wieder? Oh Mann. Okay. Alles klar. Sehr, sehr gut. Leute. Der letzte Gummipanzer, wenn der unten ist. Ja, Sir. Dann gehen wir mal los hier. Los. Bestätigt. Geht mal los. Und... Dann hat er wieder seine sechs Grenadiere. Bestätigt. Aber ist egal. Fahrt einfach drüber los. Einfach drüber fahren. Einfach drüber fahren, so. Und diesen Sammler kaputt machen. Los. Ja, Sir. So. Gummipanzer. Armee schon mal sehr gut. Bestätigt. Wir machen jetzt erstmal hier unten diese Basis von mir platt. So. Einfach reinfahren. Dieses Blutbad hier, ey. So. Dann Flack kaputt machen. Damit ich mit den Hubschraubern hier was machen kann. So. Hubschrauber. Hafenfabrik. Und zack. So, Leute. Genau. Die Hubschrauber kommen. So gut. Der hat auch kein Geld mehr, ne? Hier unten. Schaut euch das an. Der hat keine Kohle mehr. Zack. Weg damit. Wo? Egal. Nicht schlimm. Okay. Alles klar, Leute. Ich glaube dann... Die Hubschrauber, sind die fertig? Die sind schon fertig. Geil. Alles klar. Dann können die Hubschrauber auf den Bauhof. So, Leute. Wir machen seine letzte Festung kaputt. Stalin, du bist Geschichte. Mein Freund. Verstetigen. Die Hubschrauber sind da. Sehr, sehr gut. Wird schon wieder bei dem Schützpunkt angegriffen. Weg. Er hat alles verkauft. Geil. Okay. Dann hat er alles verkauft. Sehr gut. Okay. Einfach einmal hochfahren. Zack. Hier ist noch ein Hund. Weg damit. Sehr gut, Leute. Dann Paketenwerfer platt machen. So. Platt machen. Alles klar. Gut. Hubschrauber auf diesen Mammutpanzer. Ihr auf den Mammutpanzer. Nee, erst mal auf den Sammler. Lass den... Lass die Hubschrauber den Mammutpanzer machen. So. Alles klar. Dann alles zusammen. So. Zack. Weg damit. Gut. Die Hubschrauber dann hier. Die blöden Flachs kaputt, ey. Der hat nichts mehr. Das ist unfassbar. Der hat nichts mehr. Der hat nichts mehr, der wusste. Oh Gott. Okay. So. Ja gut. Dann. Mach diese Scheiß. Der ist der Schwule im Arsch. Der ist der Schwule kaputt machen. Los. So. Oh Gott. Noch mehr. Egal, Leute. Ich brauche mal Gummipanzer zu. Ein Stück. So. Oder elf. Ja, ist egal. Jetzt kommt. Wir haben es gleich. Wir haben ihn gleich geschafft. Der hat nicht mehr viel. Der kann doch nicht mehr. Hubschrauber machen das kaputt. Boah, macht diese Scheiß-Flugzeuge kaputt. Wirklich. Macht diese Scheiß-Flugzeuge kaputt. Die Hubschrauber sind da. Sehr, sehr gut. So. Dann hier kaputt machen. Ihr macht das hier kaputt. Einheit verloren. So, seht ihr das? Also in der letzten Mission haben sich eigentlich Gummipanzer bewährt. Ja, Sir. Ernsthaft. Einheit verloren. Meine Waffenfabrik. Oh mein Gott. Okay. Egal. Gut. Dann. Die alte Grafik. Ich schaue euch das an. Richtig krass. So. Okay. Leute. Dann. Kaputt machen. Wegmachen. Wegmachen. So. Hier weiter durchfressen. Los. Ihr macht die Tessas-Spule weg. Und vor allem gleich das Atomsilo. Verdammt nochmal. So. Macht die Mäniken platt. Ihr sollt die Mäniken platt machen. Das kann doch nicht so schwer sein. So. Waffenfabrik nachbauen. Sehr gut. Und weitere Gummipanzer bitte. Nein, keine Kampfpanzer. Gummipanzer. So. Team 1 existiert sogar noch. Oh mein Gott. Wie krass. Ja gut. Egal. Gut. Hufschrauber. Waffenfabrik platt machen. Boah. Da haben wir mit diesem kleinen Gummipanzerangriff schon einiges erreicht. So. Hufschrauber sind da. So. Ja. Ist okay. So. Und zack. So. Fast hätte das verkauft. Waffenfabrik platt machen. Wir haben hier noch drei Mäniken. Aber mit denen mache ich nicht viel. Ja. Dann hoffe ich mal, dass euch die Corona-Situation momentan nicht so sehr aufregt. Einheit bereit. Ähm. Ja. Es ist ja in Deutschland mittlerweile besser geworden. Aber wie gesagt, mir grault es schon vor dem Herbst. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ob ihr da Angst vor habt. Aber. Jo. Es ist noch nicht ausgestanden. Auf keinen Fall. So. Die Mäniken. Geht mal hier hin. Einfach mal so nach vorne schicken. Warum denn nicht? Wie gesagt, also ich hoffe, ja. Dass euch da nicht so zu sehr verrückt macht. Aber auch keine Corona-Idioten seid, die dann hier irgendwie das Ganze leugnen und demonstrieren gehen. Das finde ich auch ein bisschen komisch, sag ich mal. Aber ja, gut. Man steckt nicht in den Köpfen der Leute drin. Na. Muss man ganz ehrlich mal so sagen. Jo. Jetzt ist die letzte Mission noch relativ entspannt, muss ich sagen. So. Er hat es verkauft. Sehr gut. Macht den Tech-Zentrum kaputt. Das repariert der. Warum repariert der das? Das bringt dir. Ah. Repariert und am Ende verkauft. Okay. Na gut. Erwarte ihre Befehle. Boah, diese Mucke. Schön dramatisch, ja. Und ja, wie gesagt, also das ist ja jetzt entspannt, muss ich sagen. Ich glaube, das reicht sogar schon. Das reicht schon, Leute. Die Männchen sind noch da. Das ist ja... Auf den Hund. Der Hund, ey. So. Egal. Diesen Flammenwerfer da. Ja. Gut. Egal. So, Leute. Dann würde ich sagen, kommt unser letzter... Einheit bereit. Unser letzter Vergeltungsschlag hier an mit... Zehn Gummipanzern. In Form von elf Gummipanzern. Ja, das ist... Interessant, aber... Das ist halt hier so. In der letzten Mission, da... Äh... Bewähren sich Gummipanzer. Das ist so. Alles klar. Macht diesen Scheiß-Sammler kaputt. Ah, der wird ja wieder Katze und Maus spielen, ne. Das ist so blöd. Egal. Gut, dann fahrt rein. Die Hubschrauber können mal diese Cyborg-Fabrik klapp machen. Beziehungsweise diese Kaserne. Genau. So, dann fahrt ihr erstmal... Ach, fahrt einfach drüber. So. So. Alles klar. Die Hubschrauber sind da. Das reicht noch nicht mal, ey. Oh, Mann. Okay. Ah, schade. Die ganzen Tesla-Spulen. Die reißen es halt raus für ihn. Die reißen es halt echt für ihn raus. Aber okay, Leute. Versucht das Atomsilo kaputt zu machen. Los, fahrt hier rein. Macht die Scheiße kaputt. Los. Macht den Scheiß-Atomsilo kaputt. Oh mein Gott, Leute. Oh, er hat es verkauft. Oh mein Gott, wie geil. Er hat es verkauft. Alles klar. Einheit bereit. Puh. Okay. Gut. Dann die Hubschrauber. Ja, Sir. In Ordnung. Mach mal bitte diesen Flammenturm weg. Ja, ja. Mit Geldmittel unzureichend. Diese Meldung. Leute. So. Dieser Flammenturm weg. Und dann diese Männikenfabrik weg. Los. Egal. Schade. Gut. Einheit bereit. Alles klar. Macht ja nichts. Gut, Leute. Dann würde ich sagen. Speichern nochmal. Und dann, damit das Ganze nicht zu lange dauert. Schneller. So. So, schaut mal die alte Grafik. Das war nicht so verpixelt. Nie im Leben, Leute. Wirklich nicht. Na gut. Alles klar. Dann. Was passiert eigentlich, wenn ich das gedrückt halte? Egal. Gut. Alles klar. Geht jetzt denn, geht jetzt sehr schnell. Weil jetzt kommt ja nichts mehr. Äh, nö. Ist immer noch so. Okay, egal. Dann. Mach mal schneller. Und ja. Je nach dieser Mission wird eine, ein Outro kommen. Allerdings, äh, werde ich da das Spiel nicht beenden. Werde ich das Outro nicht durchlaufen lassen. Weil, wie gesagt, also das Spiel ist ja noch lange nicht zum Ende, ne. Deswegen werde ich, äh. Ihr Einsatzfahrzeug in Outro. Werde ich das einfach, äh, wegdrücken, das Outro. Genau. So. Das Miniken weg. Boah, dieses Minik. Das. Das überlebt so viele Minik-Raketen. Das ist unglaublich. So, weitere Panzer. Ich will ihn jetzt, ich will Stalin jetzt endgültig in seiner Festung bezwingen. Hier ist seine Festung, Leute. Moskau mit dem Kreml und einer Kommandozentrale, ja. Alles klar. Aber vorher noch schön alles auseinandernehmen. Mit einer schönen Gummipanzarmee. So, wir haben jetzt Ruhe tatsächlich. Und dann würde ich sagen, kann ich einfach mal die ganzen... Flaks kann ich mal verkaufen, weil die haben ja am Ende eh nichts gebracht, ne. Die haben am Ende eh nichts gebracht. Der ist trotzdem hier durchgekommen, hier unten. Um einfach ein bisschen schneller jetzt an die Ami zu kommen. Alles klar. Miniken, geht mal hier runter. Und ja, Leute, wie gesagt, das haben wir dann. Die alliierten Kampagne haben wir dann fällig. Ne, noch nicht mal. Wir haben die normale Kampagne fertig, aber die Spezialmissionen, die kommen ja noch, ne. Da bin ich mal gespannt drauf, weil die habe ich selber noch nicht gespielt. Die Spezialmissionen, die werden, äh, die werden interessant. So, mit dem Miniken kann ich vielleicht sogar die eine Flak da unten kaputt machen, ne. Oh, schau dich das an. So, ihr geht mal hoch. Und dann bräuchte ich einfach weiter. So, weil du Team 1 gibst nicht, egal. Komm dann, Miniken. Nein, Hubschrauber macht die Flammenwerfer im Arsch. So, jetzt gehen wir nochmal ganz, ganz geschickt hier. Oh nein. Er hat noch einen Hubschrauber. Ah, verdammt. Ja gut, egal, dann rennt einfach rein. Wobei, der schießt ja immer nur ein Manneken ab. In Ordnung, sehr gern. Der schießt ja immer nur ein Manneken ab. So, dann mach diese Flak hier im Arsch. Los. Die kriegen wir sogar geil. Die kriegen wir sogar, zack, weg damit. Und dann am besten noch die Energie hier wegmachen. Ja, 10 Manneken, sollte man nicht unterschätzen, wirklich. Oh nein, oh, ja gut. Okay, das war's. Das war's. Egal. Der hat noch diese Scheiburg-Fabrik, ne? Egal. So, ihr geht nochmal mit hier oben. Zwar dabei. Und dann macht das Ding kaputt. Dann kann er nämlich keine nervigen Manneken mehr bauen. Sehr gut. Alles klar. Wir nehmen den Russen auseinander. Gut, wisst ihr was dann? Dann geh ich jetzt mit diesem Angriff los. Hier oben hin? Da ist ein Raketen. Der war krass. Was macht er denn da mit? Nix. Da macht er nix mit. Alles klar. Grenadier. Was will denn da mit? Auch nix, ne? Nix. Du willst damit nix. Alter Schwede. Wie viele Panzerschüsse der Grenadier aushält. Na gut. Egal. Da kann man jetzt zur Not einfach drüber fahren, ne? So. Mach die kaputt. So, wie gesagt. Der Russe hat nix mehr. Ach. Diese Kackflag da, ne? Das ist so blöd, dass der überall Flags hat. Das ist die einzige Kacke hier. Mach die Scheiße kaputt. Verdammt nochmal. So. Und dann die Tesserspule. Wegmachen. So, los. So. Alles klar. Mach die Scheiße weg. Sehr gut. Die Tesserspule ist weg. Dann können wir ja loslegen jetzt hier. Und rein da. Los. Rein da. Da hat er noch eine. Ach, verdammt. Egal, Leute. Ähm. Die kann auch dreimal schießen, ne? Das ist... Egal. Dann geht da raus. So. Wegmachen. Einfach einmal drüber fahren hier. Hat er noch nicht? Der ist der Spule. Oh, Mann. Wirklich. Alter, der hat so viele Tesserspulen. Das ist unfassbar. Diese Drecks-Tesserspulen, ne? Ganz ehrlich, Leute. Die fucken einen so ab. Wirklich. Diese Tesserspulen. Das hat wieder nicht gereicht. So. So. Egal. Leute. Würde ich sagen. Fahrt da vorbei und mach hier die... Das Ding kaputt. Oh. Ja, egal. Kommt. Gut. Der Hufschrauber ist weg. Da bauen wir den einfach mal nach. So. Ja, ich hätte vielleicht noch eine zweite Waffenfabrik bauen sollen, ne? Dann würden die Panzer ein bisschen schneller vom Stapel rollen. Aber ist okay. Ja, Sir. Wird gebaut. Äh, gut. Leute. Wir sind bei Minute 28. Es wird wohl nicht ganz reichen mit dem Russen. Aber das ist egal. Dann mach ich einfach eine Folge über 40 Minuten. So. Dann passt das schon. So. Mach das Ding im Arsch. So. Sehr schön. Ja, das ist halt auch das Problem, dass wir hier keine Spielgeschwindigkeit auf sehr schnell machen können, ne? Wird gebaut. Der mit seinen Tesla-Spulen. Wirklich. Er hat alles abgesichert mit denen. Ja gut, aber wir haben ja noch unsere Hubschrauber. Wir haben ja noch unseren geilen Hubschrauber. Gut, dann macht diese Tesla-Spule da jetzt endlich weg. Dann können wir beim nächsten Angriff wirklich drüber rollen. Hubschrauber, okay. Ach, da ist noch eine scheiß Flak. Ach, dieser Penner. Wirklich. Verdammt. Egal dann. Das ist... Der hat dann noch eine Flak gehabt, ey. Unglaublich. Egal, Leute. Weißt du was? Du kannst direkt reparieren fliegen. Du sollst reparieren. Was soll denn das? Äh, gut. Wisst ihr was? Dann verkaufe ich jetzt noch hier... Was kann ich dir noch verkaufen? Ich glaube, hier brauche ich auch keine drei Flaks. So. Alles klar. Dann geht ihr mal dahin. Macht das Männchen weg. Oh, Mann. So. Alles klar. Drei Panzer. Na, das ist das Problem, dass die Sammler halt so weit weg sind. Leute. Aber ist egal. So. Macht diese Kack-Test-Spule weg. Und dann hat er eigentlich auch schon fast keine Gegenwehr mehr. Ne, das ist ja wirklich nichts. So, dann. Tert-Raffinerie aufgebaut. Ich glaub's nicht. So, dann macht ihr jetzt noch diese Tester-Spule da oben weg. Bitte. Lasst euch nicht von den Flaks abschießen. Ach, verdammt. Dieser Penner. Egal. Leute, wisst ihr was? Wir haben die 30 Minuten erreicht, aber ich mach das jetzt noch. Die letzte Mission von der regulären Kampagne würde ich ganz gerne noch vorher, äh, ja, schaffen. So. Die Männchen können hier unten hin. Noch mal diesen scheiß Sammler platt machen da. Oder was? Nö. Diese Flak da weg machen, genau. Mach mal diese Flak da weg. Und ihr könnt euch mal hier oben hinstellen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen. Jo. War ich mir auch schon ganz schön am Schwitzen, ne? So. Warm ist es ja nicht mehr, Gott sei Dank. Aber es ist halt immer noch... Es ist halt immer noch, äh, spül draußen. Deshalb, ja. So. Ach, diese Scheiß-Tester-Spule kaputt. Das ist seine letzte Verteidigungsanlage. So. Alles klar. Und die Scheiß-Energie wegmachen. Verdammte Hacke. Da hat er einen Spawner-Hubschrauber. Ja gut. Ach, du Kacke, Leute. Der baut sich wieder auf, ne? Das ist... Der baut sich echt wieder auf. So, dann fahrt er einfach drüber aus. Dann geht er jetzt einfach hier runter. Mach diese Kack-Mäniken-Fabrik und den Bauhof platt. Mach vor allem den Bauhof platt. Das ist ja... Das ist ja unverschämt. So, den können die Hubschrauber platt machen. Da baut er eine Tesla-Spule nach. So. Egal. Mach den Scheiß-Bauhof platt. Dass der sich nicht mehr aufbaut hier. Einen Hubschrauber ist übrig geblieben von Team 4. Oh, Mann. Äh, alles klar. Dann... Dann ist das wieder scheiße gelaufen. Ey, Mann, 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 Mann. Egal. Leute. Ähm. Ah, jetzt kann man noch hier bei, äh... Bei einer Kette... Also bei einer... Produktionskette kann man auch pausieren. Das ist ganz gut. Die steht noch. Ernsthaft? Egal, Leute. Ich nehme ihn jetzt Schritt für Schritt wirklich auseinander. 32 Minuten. Er ist in Ordnung. Kommt. So. Weg damit. Und hier. Lass den bitte auch wegmachen. Der kann doch nichts mehr bauen jetzt. Oder? Nö. Jetzt hat er wirklich nichts mehr. Okay. Gut. Dann kann ich eigentlich auch hier meine... Türme verkaufen. So. Zack, zack, zack. Alles verticken wir. Ich brauche die Kohle jetzt hier. So. Leute. Alles klar, dann... Das hier auch verkaufen alles. Erwarte Ihre Befehle. Dann mache ich mit dem Manneken erstmal die ganzen Manneken von ihm platt. Und dann mit dem Rest... Ah, siehst du, da kommt er nämlich noch etwas angeschissen hier. In Ordnung. Mit dem Grenadier. So. Dann... Manneken. Kommt mal hier vor. Los. Was ist das denn? Da kommt er noch mit einem. Das ist ja dreist. So. Alles klar. Cool. Gut. Dann mache ich jetzt noch mit dem Manneken hier ein bisschen Stress. Oder den Sammler, wa? Der... Wobei... Wobei der fährt die platt. Schaut euch das an. Der fährt die Manneken alle platt. Ja, Sir. Ha. Er hat sich... Ah, seht ihr das? Der hat nämlich hier alles vermint. Der fährt die alle platt. Ja, ja. Ja, ja. Kommt. Ist in Ordnung. Der scheiß Sammler, ey. Oh, Mann. Da hat er echt doch eine Raffinerie, ey. Unglaublich. Egal, Leute. Ähm... Ja. Gut. Ja. Die kaputt. Und vor allem diesen Hubschrauber mal kaputt machen hier. Tch. So. Der landet nicht, ne? Geil. Geile Taktik. So, alles klar. Dann nehme ich mir gleich die Panzer. Und führe den finalen Schlag aus. Die Cutscene gleich. Da bin ich mal drauf gespannt, weil es kommt ja eine End-Cutscene. Und, äh... Ja, ob sie dann die Unzensierte oder die Zensierte zeigen. Das ist... Das wird interessant zu sehen. So, bin ich mal... Da bin ich mal gespannt drauf. Aber jetzt erstmal... Gummipanzer... Hier hin. Los. Setzt euch mal in Bewegung. Abmarsch. Vorwärts. So, Leute. Gut. Hiernach werde ich Empire Earth aufnehmen, Leute. Nach dieser Aufnahmesession. Also nach diesen drei Folgen. Und... Jo. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber erstmal hier kann man ja kaum noch weiter machen. So. Ich mache diesen scheiß Hubschrauberlandeplatz kaputt. Wirklich die Nerven. So. So. Und hier... Da hat er noch eine Raffinerie gebaut, der Teller. Mach den kaputt da. Los. Die kriegen noch nicht mal eine Energie kaputt, die Hubschrauber ernsthaft. Ja gut, egal. Dann geht ihr hier oben hin. Mach die Flak kaputt. Und den Sammler. Mach den Sammler weg. So. Das hier könnten wir sogar noch verlieren, Leute. Wenn wir uns jetzt ganz blöd anstellen und alles verkaufen würden. Und er dann mit einem Sammler kommt und dann alle meine Mäniken überfährt. Dann könnten wir das tatsächlich noch verlieren. Aber so... Das ist ja easy so. Alles klar. Dann Hubschrauber. Mach mal diese Energie da weg. So. Weg damit. Oh, da ist noch ein Zivilist. So. Mach den Sammler weg. Los. Ja, Sir. Und ihr macht diesen Hubschrauber mal platt. Dann seht ihr mal diese... Die Luftraketen von denen. Ach, schade. Ja, Sir. Gut, egal. Leute, wisst ihr was? Wir fressen uns zu Stalin. Macht das Ding kaputt. So. Wir fressen uns hier durch. Zack. Stalin ist tot, Leute. Stalin ist weg. Was macht der Hubschrauber da? Was macht der denn? Das ist ja geil. Der fliegt ganz langsam. Oh Mann. Okay. Der ist verbuggt. Oder irgendwie. Keine Ahnung. Bestätigt. So. Deo, 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 deo. Bestätigt. Bestätigt. Ich habe jetzt nämlich meine Verteidigungsanlagen verkauft. Und jetzt könnte der theoretisch noch mit seinem Sammler alle meine Einheiten überfahren. Wenn ich alles verkaufen würde. So. Macht den kaputt. Der schießt auch nochmal. Der letzte Zivilist von Stalin hier. Einsatz. Da haben wir es. Leute. Erreicht. Keine Reue. Sehr schön. Letzte Cutscene. Alles klar. Eine Stunde 25. Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Alles klar. So. 1750. Alter Schwede. Alles klar. Dann würde ich sagen. 33.000 Punkte. Gut, Leute. Genießt die letzte Cutscene. Hier drüben. Ich habe einen gefunden. Verdammte Scheiße. Der Stalin. Hätte ich mir denken können, dass dieser Bastard wieder überlebt. Na ja. Befehl ist Befehl. Na los. Helft mir ihn hier rauszuholen. Mann. Hey, Freiwilliger. Was zum Kuckuck machen Sie da? Sir. Das ist Stalin. Und er lebt noch. Jungere Mann. Ich sehe da niemanden. Direkt da, Sir. Das ist Stalin. Ich glaube, Sie haben mich nicht gehört, Freiwilliger. Ich sehe niemanden hier. Sie etwa? Nein, Sir. Ich sehe auch niemanden. Muss wohl der Wind gewesen sein. So was habe ich mir auch gedacht. Und jetzt weggetreten. Oh, die komplette Cutscene, Leute. Die komplette Cutscene. Was ist das? Nein. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Vielen Dank. Ja, Leute, das war eine sehr brutale Cutscene. Muss ich ja mal ganz ehrlich mal so sagen. Und ja, dass am Ende war tatsächlich der Stavros via Stalin lebendig begräbt. Oh mein Gott, also das ist schon... Das wurde halt rausgeschnitten in der deutschen Version. Und ja, die Alliiertenkampagne ist durch. Leute, es kam tatsächlich kein Ending. Finde ich sehr interessant. Aber gut, Leute. Als nächstes würde ich sagen, machen wir Erweiterungskampagne Alliierte. Genau, Leute. Da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und da haben wir auch einiges an Missionen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sind das sogar mehr Missionen als hier? Nee, nee, nee. Was ist das hier? Sowjets. Was haben wir hier? Kampagne der Sowjets. Ah, okay. Was haben wir hier? Erstellte Missionen. Ah, hier werden dann noch wahrscheinlich die Ameisenkampagne kommen. Okay. Leute, gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt die Alliiertenkampagne fertig. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann beim Erweiterungspack Red Alert Retaliation bei den Alliierten wieder. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann, jo, bis denn. Und dann, jo, bis denn.